Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hähnchenkeulen in Specksauce. Hähnchenkeulen in Specksauce ist ein schnelles Gericht, das ideal für Pärchen isst. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Hähnchenkeulen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, vier Esslöffel Mehl, ein Ei, vier Esslöffel frisches Semmelmehl oder ein Fertigprodukt aus dem Handel, ein Esslöffel Zitronenabrieb, ein Esslöffel gehackte Zitronenmelisse, Fett zum Frittieren, ein Esslöffel Butter, 50 Gramm geräucherter Speck, kleine Zwiebel, Schuss Rotwein, Würfelbratensaft plus 250 Milliliter Wasser, MSP, getrockneter Thymian, Prise Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Drei Schüsseln, zwei Töpfe, Messer, Schneidebrett Zubereitung Die Hähnchenkeulen waschen und trocknen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zitrone waschen und ein Esslöffel der gelben Schale abreiben. In die erste Schüssel Mehl geben. In der zweiten Schüssel ein Ei verquillen. In der dritten Schüssel Semmelbrösel, Zitronenabrieb und Zitronenmelisse vermischen. Die Hähnchenkeulen erst in Mehl wälzen, das möglichst die ganze Haut bedeckt ist, dann im Ei wenden und schließlich in den Semmelbröseln wälzen. Fett in einem Topf erhitzen und die Hähnchenkeule darin 10 Minuten frittieren. Den Speck in Streifen schneiden. Die Zwiebel pellen und in Würfel schneiden. Butter in einem Topf erhitzen. Den Speck darin glasig andünsten. Die Zwiebel dazugeben. Mit Rotwein ablöschen und mit Bratensauce auffüllen. Die Soße mit Thymian, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Hähnchenkeulen servieren. Als Beilagen eignen sich Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!